Okay, ich bin hier alleine, bin abgestürzt, ich armer Pilot, ich habe nichts außer meiner, oh, ich habe eine Taschenlampe, mein Helikopter raucht noch, meine Freunde suchen mich bestimmt bald, aber es gibt böse Rebellen in dieser Gegend und die wollen mich irgendwie abmodusen. Ich habe keine Karte, ich habe kein fucking GPS, ich habe Revolver mit Signalraketen und eine, oh, eine MP5K, die macht Spaß, drei Smokes, drei Handsignale, offensichtlich geht es hier bergab. Spannende Frage ist, was finde ich das noch, das ist eine offene, ziemlich offene Gegend hier, Kreuz des Südens werde ich gerne finden, keine Ahnung, wo ich das finde, wäre cool, aber vielleicht sollte ich als erstes mich hier auch wegbewegen von diesem unheilvollen Ort, das könnte es sein. Der wäre Süden dort. Lauf mal in die Richtung. Ich brauche ein bisschen Dschungel um mich rum, es ist viel zu hell so hier. Da oben ist ein Berg, da hinten sind Berge, da laufe ich einfach mal da hin. Ich kriege mal eine richtige Information. Oh shit, da sind nicht meine Leute. Und ich sehe nichts. Und ich sehe nichts. Da würde ich gerne hin. Das wäre geil. Das wäre natürlich cool, wenn ich in der Stadt Leute sehen würde. Aber relativ auf die Kuppe da hinten. Und relativ auf die Kuppe da hinten. Ich denke, ich höre ein Helikopter. Das ist sehr nice. Dschungelbomter. Dschungelbomter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fuck. Fuck. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. atsächlich計mern für Muster die Erinnerung. Fahrzeuggeräusch... Da ist es, der 1984 ist in der Mine. Wup, wup, wup! Ey, ey! Und jetzt? Aufsitzen? Oder nicht? Reinhe, rein, rein! Rein, ja? Ok, gut! Pilot aufgesessen auf TPZ Jetzt habe ich einen geilen Marker, oder? Präzisen Go, 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 vollgas, vollgas User, join your channel Vorschlag, wir halten an und machen eine Straßenbarrikade, um aufzuhalten Von hinten kommt es Das kommt von hinten, das Fahrzeug Hinter der nächsten großen Kurve, da können Sie uns nicht außer distanzieren, wir machen das auch Sind das jetzt Feinde hinter uns, oder? Nein Ja, das sind Feinde hinter uns, dafür ein Powerplant Wenn du was alles siehst, hier vorne an dem Wagen, oder? In dem Bus, ja, hier ist doch gut, direkt hinter der Kurve Okay, dann hinter der Kurve Die sind nämlich sehr nah, die sind sehr sehr nah, ich höre der Feuer sehr stark Duke, sag mir kurz unsere neue Frequenz Wir brauchen eine gute, harte Deckung, wo wir überraschend angreifen können, am besten hinter einer Kurve oder sowas in der Art Sieben Sieben Immer noch, okay Ich würde sogar sagen, hier in der Kurve Fahr in den Wald rein, so dass man das Fahrzeug bis sehen kann, und dann breit man hinterhalb vorn Roger Du musst mehr Abstand halten, bitte Okay Okay, äh, hast ne gute Sicht von dir aus, aber Mach sitzt, mach sitzt Oh, Lomi Ja, ich hab gleich krass, ansonsten Ich krasse Zwölf Ufer Irgendwie sein Boot da kommt Ähm, da gab's so'n komisch'n Buck im Cockpit, das ich woanders mich hingesetzt hatte, und der Kopf war irgendwie ganz woanders so Ah, okay Naja Was machen wir jetzt? Schlauchboot, oder was? Ähm, Lomi, ich hab gebeten, ich kann bitte der Heli Regina abchecken, schnell Ja, ja, ja Ja, ja Okay, Moment, ich muss, äh Wie vieles habt ihr denn? Langsam, 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 wir haben jetzt Erf, wir kommen an, komm Check bitte noch Regina ab Da, wo wir hinfahren Einfach, äh, jetzt nach vorne scouten Fahre ins Wasser, fahre ins Wasser, fahre ins Wasser, wir können doch durchs Wasser fahren, fahr einfach schräg durch, wie du wäst Ja, wir haben eine LV Wir fahren durchs Wasser Wie immer da mit dem Fahre ins Wasser, du schrallst Volle Pulle reinfahren, das ist glaube ich Ja, voll Pulle rein Ach man, mein Pilot hätte das Funkgerät zurückgeben müssen Nice Tut mir leid Achso, kein Thema muss man Oh, jetzt, äh Nomi, ich hab ein Funkgerät von Fragi Äh, nicht von Fragi, sondern von jemand anders aus der Gruppe Von Fragi Ich höre auf deren Frequenz noch mit Vollgas Ja, wiederhol Steht Nomi Ja Was ist die Commandfrequenz? Äh, 33 Äh, Quatsch, 49 Immer noch? Ah, 49, alles klar, gut Danke Vom Airport Detanoa Ähm, ich glaube die wollen ja Anti-Airport Freifort Das heißt, sie kommen nicht in eure R-Front, Bravo, R-Front, Lanz Huhuhu Nice, nice Oh Das heißt, sie kommen nicht in eurem